Diese hier zum Kauf angebotene neue 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Leipzig-Zentrum-Ost. 2017 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 106 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 400.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017